Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FSV Frankfurt vor dem Heimderby gegen den SVW in Wiesbaden im Frankfurter Volksbankstadion am Samstag um 14 Uhr. Hier vorne bei uns wie immer unser Cheftrainer Roland Frabeck, letztmals in diesem Jahr vor einem Spiel. Danach hast du erstmal ein bisschen Ruhe vor mir. Kommen wir zur Ausfallsituation. Dennis Streker ja bekanntlich mit der fünften gelben Karte gesperrt. Ansonsten sieht es nicht gut aus für Sebastian Schachten mit einer Zerrung der seitlichen Rumpfmuskulatur und Ranisav Jovanovic mit einer Wadenszerrung. Ansonsten noch die drei üblichen Reha-Verdächtigen Leon Hammel, Naum Gebru und Stefan Maderer. Steigen wir mit den Fragen ein. Roland, du hast nach dem letzten Spiel in Bremen gesagt, man muss jetzt auch mal das Positive hervorheben. Auf die Defensive war Verlass, die Null stand. Wie lässt sich da jetzt drauf aufbauen? Ja, die Null muss weiter stehen. Das ist die Basis dafür, dass man immer zumindest einen Punkt hat und dort müssen wir jetzt in dem letzten Spiel alles, was in uns steckt, alles, was wir zur Verfügung haben, noch jetzt nach der langen Vorrunde reinwerfen. Wir müssen mit aller Macht versuchen, ein Tor zu machen. Und ich glaube, dass ein Erfolgserlebnis uns dann beflügeln würde, uns einfach eine gewisse Lockheit und Selbstverständnis wieder in uns am Spiel geben würde. Und deswegen ist die Defensive die Basis, die Stabilität, die wir momentan haben. Und in der Offensive, wie gesagt, müssen wir einfach dieses eine Tor erzwingen. Etwas plakative Frage für die letzten Trainingseinheiten. Jetzt noch extra Torschuss. Die erste plakative. Dankeschön. Nee, für die kommenden Trainingseinheiten noch extra Tor-Schuss-Training geplant? Ja, klar, wenn man eine Problematik im Abschluss hat, dass man dann versucht, auch über die Trainingseinheiten sich Sicherheit zu holen, Selbstvertrauen zu holen. Und wir haben gestern schon daran gearbeitet. Wir werden heute auch nochmal daran arbeiten. Aber nicht nur, weil jetzt die Phase so momentan ist, sondern weil grundsätzlich halt eben das auch ein großer Inhalt in unseren Trainingseinheiten ist. Aber es ist jetzt vielleicht ein größerer Augenmerk eben auf die Abschlüsse, als es sonst vielleicht vorher gewesen ist. Jetzt steht das Heimderby gegen den SV Wien in Wiesbaden an. Das Hessenderby für dich als gebürtigen Frankfurter vielleicht auch ein Stück weit. Was Besonderes? Ich wusste gar nicht, dass es ein Derby ist, FSV gegen Wien. Das habe ich jetzt erst erlebt. Zu meiner Zeit früher in der Jugend war das halt eben eine ganz andere Geschichte. Also Spaß beiseite. Klar ist es ein Derby. Ich weiß das auch. Ich habe es in der Jugend nicht so wahrgenommen. Aber ich weiß, dass es hier in dem Verein viel bedeutet, dieses Spiel gegen Wien in Wiesbaden. Dass es insbesondere den Fans viel bedeutet. Ich glaube, wenn die Fans sich ein Sieg aussuchen dürften, dann wäre es gegen Wien in Wiesbaden. Und deswegen ist es für uns als Mannschaft auch ein besonderes Spiel. Weil wir eben mit dem letzten Spiel in der Vorrunde in diesem Derby die Schwächephase jetzt, die wir in den letzten Spielen gezeigt haben, einfach auch durchbrechen können. Wir mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gehen können. Und weil wir sicher auch unseren Fans, unseren Zuschauern, die uns über die Vorrunde hin unterstützt haben, beispielsweise auch viele den Weg nach Bremen mitgemacht haben. Wofür ich mich nochmal bedanken möchte. Das ist nicht alltäglich, dass man so einen weiten Weg mitmacht. Sondern das haben sie getan. Haben uns dort auch unterstützt. Und sicher wollen wir als Mannschaft auch ein Stück zurückgeben. Und dann auch den Fans am Samstag ein gutes Spiel bieten. Und hoffentlich dann auch einen Sieg hier in Frankfurt einfahren und die drei Punkte auch hier lassen. Was für ein Spiel und vor allem was für eine wehende Mannschaft erwartest du? Ja, es ist schwer zu sagen, was für ein Spiel das ist. Ich denke, klar ist, dass es sicher emotional wird. Dass es vielleicht auch hitzig wird. Es ist eben ein Derby. Und ich denke, für uns wird wichtig sein, trotzdem auch Struktur im Spiel zu behalten. Einen kühlen Kopf auch zu bewahren. Aber auch sicher Emotionen reinzubringen, um dann ein gewisses Level an Aggressivität auch auf dem Platz zu haben. Für beide Mannschaften ist es ein wichtiges Spiel für uns. Deswegen, weil wir uns mit dem Sieg im Mittelfeld etablieren könnten. Der Abstand zu den oberen Plätzen wäre nicht so weit weg. Wir könnten Wehen auf sechs Punkte Distanz halten, was auch nicht unwichtig ist. Und auf der anderen Seite kann Wehen mit dem Sieg mit uns gleichziehen. Das wollen wir mit aller Macht verhindern. Und deswegen denke ich, dass es sehr emotional wird. Dass es zur Sache gehen wird auch. Dass es auch hitzig werden kann. Aber wir müssen trotzdem eben Struktur behalten und den Kopf bewahren, damit wir dann am Ende auch siegreich sind. Vielleicht vor dem letzten Spiel des Jahres auch von dir ein kurzes Fazit zu deinem ersten halben Jahr hier wieder oder nach deiner Rückkehr? Ich denke, das war eine Vorrunde der Extreme. Absolute Extreme, weil wir relativ schlecht in die Saison hineingekommen sind. Wir haben das ja jetzt häufig auch schon thematisiert. Wir wussten, dass es schwierig wird. Aber dass es dann so schwierig wird, war auch nicht zu erwarten. Sieben Spiele, vier Punkte. Und dann haben wir eine sehr erfolgreiche Phase mit vielen Siegen, ohne Niederlagen. Auch wieder ein Extrem. Auch nicht so zu erwarten. Und jetzt haben wir wieder das Extrem, dass wir seit einiger Zeit das Tor nicht treffen. Dass wir bemüht sind, fleißig sind, aber dass der Ball eben nicht reingeht. Dass wir dann sogar, wie bei dem nicht gegebenen Treffer in Bremen, die Abseitsposition abgefiffen wird, obwohl es kein Abseits war. Und dass Fabian Graudens dann auch noch den Fuß reinhält, mit vielleicht ein bisschen mehr Überblick in der Situation den Fuß weghält. Und wir dann das Tor auch machen und vielleicht auch damit das Spiel gewinnen. Also das kommt jetzt mittlerweile dann auch hinzu. Und deswegen ist es für mich eine absolute Vorrunde der Extreme. Ich würde mir wünschen, dass wir ein bisschen mehr Konstanz gehabt hätten. Keine Ausreise nach oben und nach unten hin. Aber so ist es nun mal. Und wir können jetzt mit dem letzten Spiel zu Hause, was wir dann hoffentlich siegreich bestreiten, auch ein bisschen was wieder vergessen machen. Können uns, denke ich, ordentlich positionieren vor der Rückrunde. Und dann hoffentlich auch in der Rückrunde einfach mehr Konstanz zeigen. Dann danke dir bis hierhin. Kommen wir zu euren Fragen. Mikrofon wird gerade eingeschaltet und dann das übliche Spiel. Einfach kurz die Flosse heben. Und dann kommen wir auch schon zur ersten Frage. Wenn es denn welche gibt es? Manuel Schubert, Frankfurter Rundschau. Du hast ja gesagt, ihr habt auch die Torabschlüsse trainiert. Du hast da ein größeres Augenmerk drauf gelegt. Aber inwiefern ist das auch eine Kopfsache vielleicht? Und wie kann man da dran arbeiten, außer jetzt auf dem Platz? Na ja, klar, es gibt unterschiedliche Typen in einer Mannschaft und das ist bei uns genauso der Fall. Es gibt auch bei uns Spieler, die sich jetzt vielleicht auch unter Druck selber setzen, weil sie sagen, sie wollen es mit aller Macht erzwingen. Da ist es die Aufgabe von uns, im Trainerteam da ein Auge drauf zu haben und in vielen Gesprächen dann einfach auch diese Gelassenheit, Lockerheit trotzdem herzustellen. Es gibt Typen in der Mannschaft, die tangiert das sehr wenig, die kommen auf den Platz und spielen so, als ob man vorher regelmäßig getroffen hätte. Und dann gibt es wiederum Typen, die sind verunsichert. Die zeigen das auch vielleicht anhand der Körpersprache. Diese Spieler muss man dann eben bestärken, wieder positiv verstärken und Stärken aufzeigen. Und das ist neben der Arbeit auf dem Trainingsplatz ein wichtiger Bestandteil in unserer Arbeit diese Woche im Besonderen. Gibt es weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns am Samstag um 14 Uhr hier im Frankfurter Volksbankstadion zum Hessenderby gegen den SVW in Wiesbaden. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin.